Wissen Sie, es ist sehr wichtig, dass wir zusammen mit Deutschland mit diesem Wiederaufbau schon jetzt begonnen haben. Die Häuser werden zerstört von diesen russischen Raketenangriffen. Wir können nicht warten. Wir müssen das wieder aufbauen und wir bauen es besser, als es gewesen war. So, build back better. Das ist ein Slogan von unserer Zusammenarbeit. Und das schaffen die Ukrainer auch sehr schnell mit Unterstützung Deutschland. Was wir im Moment vor allen Dingen tun, ist versuchen zu helfen, das Leben der Menschen in der Ukraine leichter zu machen. Also wir helfen, Infrastruktur wieder aufzubauen, weil wenn man schon mal eine Stromversorgung hat, wenn man schon im Keller, im Schutzkeller ist, das hilft schon. Wir helfen mit Wohnraum für Menschen auf der Flucht. Da haben wir lange Erfahrungen mit, wie man schnell Häuser wieder sozusagen wieder aufbaut, wie man neue Unterkünfte baut, damit die Menschen, die innerhalb der Ukraine fliehen mussten, wenigstens wieder ein Dach über den Kopf haben.